Herzlich Willkommen bei Co-Working Salzburg zur ersten Wochenschau. Im letzten Jahrhundert, als noch nicht jeder einen Fernsehapparat zu Hause hatte, gab es im Kino die Wochenschau. Das war vor der Hauptvorstellung eine Zusammenfassung, ungefähr 20 Minuten von politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Ereignissen, sodass einfach jeder abzudeckt war. Genau, so was haben wir auch vor, weil bei Co-Working Salzburg passieren immer so wunderbare Dinge und wir wollen jetzt aber nicht alle ins Kino schicken, um sich das anzuhören, sondern wir haben ja Facebook Livestream. Deswegen Hallo an alle, die schon mal da sind. Die Wochenschau ist einfach ein Rückblick und ein bisschen ein Vorausblick, was wird in der nächsten Woche passieren und was ist jetzt diese Woche passiert.